Denkt einmal kurz an die typischen Horror-Monster, die ihr so kennt. Diese typischen Wesen, die in vielen Filmen schon vorgekommen sind. Wahrscheinlich habt ihr an Geister gedacht, an Aliens, Werwölfe, Zombies und all dies. Doch ganz viele von euch werden sicherlich auch an Vampire gedacht haben. Die bleichen Wesen, die nur in der Nacht rauskommen und das Blut ihrer Opfer trinken. Und viele von euch wären wahrscheinlich verwundert, wenn ich ihnen sage, dass es tatsächlich mal in Deutschland eine Art Vampir gegeben haben soll. Denn heute möchte ich euch von einem Serienmörder erzählen, der den Titel Vampir von Düsseldorf trägt. Denn heute geht es um Peter Kürten. Peter Kürten war ein seltsames Kind bereits gewesen. Viele sagten, dass er auffällig war und besonders grausam. So hat er fremde Kinder geschlagen und Tiere gequält, nur aus Spaß. Manche Quellen sprechen sogar davon, dass Peter Kürten einmal einen Hund getötet hat, nur weil er daran Spaß hatte. Und beim Spielen mit zwei Freunden an einem Fluss, stieß er diese Freunde hinein, nur um zuzusehen, wie sie in den Fluten ertranken. Alles, weil es ihm Spaß machte, das zu sehen. Dass dieses Kind seltsam war und eine grausame Ader hatte, war glaube ich jedem klar gewesen. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass er schon sehr früh ins Gefängnis kam. Er kam ins Gefängnis wegen den unterschiedlichsten Straftaten, die er beging und musste 20 Jahre dort einsitzen. Diese 20 Jahre waren eine lange Zeit und man ging davon aus, dass er zum Ende seiner Haft sich geändert hatte, dass sein Verhalten nun ein anderes war, doch dies war definitiv nicht der Fall gewesen. Als er aus der Haft entlassen wurde, war er der gleiche grausame Mörder wie zuvor gewesen. Doch jetzt sollte seine ganze Mordreihe und seine grausamsten Taten erst wirklich beginnen. Alles fing damit an, dass er schon kurz nach seiner Haft in das Haus der Familie Klein einbrach. Er wollte dort die unterschiedlichsten Dinge klauen, einfache Wertsachen finden, die er möglichst schnell zu Geld machen könnte. Und die Eltern der Familie Klein waren auch nicht besonders aufmerksam. Sie schliefen in ihrem Schlafzimmer ohne eins der Geräusche, die Peter Kürten machte, zu bemerken. Doch die neunjährige Tochter, die im gleichen Stockwerk wie Kürten war, hörte die seltsamen Geräusche und ging der ganzen Sache nach. Sie wollte wissen, was dort los war und lief Peter Kürten direkt in die Arme. Dieser zögerte nicht lang und brachte sie um. Er machte seinen Diebeszug weiter und verschwand dann in die Nacht. Am nächsten Tag fand man nur die Leiche der Tochter und zudem ein Taschentuch mit den Initialen P und K. Dies war der erste Mordfall, den Peter Kürten im wirklichen Erwachsenenalter gemacht hatte. Doch es sollte nicht sein letzter bleiben. Denn bereits wenige Jahre später, 1929, ermordete er eine 55-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann, ohne ein wirkliches Motiv dafür gehabt zu haben. Außerdem heißt es, dass er bei diesen Opfern das Blut getrunken hatte. Und er hat auch in einem Schlossgarten einen Schwan entführt, diesen Schwan erstochen und dann das Blut des Tieres komplett getrunken. Warum er dies gemacht hat, ist nicht bekannt gewesen. Leute sahen nur die schreckliche Tat, sahen den Schwan, der beinahe blutleer gewesen ist und fragten sich, welches Wesen so etwas machen kann. Und so gab es schnell das Gerücht, dass es in Düsseldorf einen echten Vampir gab, der in den dunklen Gassen lauert auf Opfer und dann ihr Blut trinkt. Und die Polizei wusste bereits, dass es irgendeinen seltsamen Mörder gab. Doch man sollte meinen, dass die Suche nach Peter Kürten, einem bereits verurteilten Straftäter, einfach gewesen sein muss. Gerade da man auch seine Initialen hatte, doch dieser Fall war nicht so simpel, wie man glaubte. Denn die Polizei tappte viele, viele Jahre im Dunkeln. Die Initialen PK, die gefunden wurden, wurden gar nicht mit Peter Kürten in Verbindung gebracht. Man ging davon aus, dass es ein Verwandter des Mädchens gewesen ist, der gezielt sie umbringen wollte, weil ihr Nachname Klein ebenfalls auf das K in PK zutraf. So guckte man gar nicht über den Tellerrand hinaus und versuchte herauszufinden, wer es wirklich gewesen sein kann. Die Sache ging dann noch weiter, denn Peter Kürten ermordete wenig später noch weitere Menschen. Es ging so weit, dass er bemerkte, dass er sich scheinbar alles herausnehmen konnte. Die Polizei tappte im Dunkeln, er hatte überhaupt keine Gefahr, niemand hat ihn je bei seinen Morden gesehen. Und so machte er einfach mit seinen schrecklichen Taten und dem Bluttrinken weiter. Und die Polizei wurde immer verzweifelter und so suchten sie über ein Plakat nach diesem Mörder. Sie suchten gezielt nach dem Vampir von Düsseldorf und sie boten dem, der einen entscheidenden Tipp geben kann, 15.000 Mark an. Dies war zu der damaligen Zeit eine unfassbar hohe Summe, die es so normalerweise nicht gab. Die Polizei erhoffte sich, dass es so irgendwie Leute geben wird, die einen Hinweis hätten, die irgendetwas gesehen hätten und nun zur Polizei hervorkommen. Doch sie machten die ganze Sache damit nur schwieriger. Denn durch eben diesen Steckbrief, durch eben die Nachricht von dem Vampir aus Düsseldorf und das hohe Preisgeld, fing jeder an, seinem Gegenüber zu misstrauen. Es gab Familien, die sich gegenseitig angeklagt haben, der Mörder zu sein. Jeder hat seine Freunde oder Nachbarn beschuldigt und es herrschte ein allgemeines Misstrauen gegen jeden, der sich frei bewegte. Die Polizei bekam täglich Nachrichten von Leuten, die sogar selbst behaupteten, sie seien der Mörder gewesen, obwohl dies gar nicht stimmte. Verschiedenste Wahnsinnige wurden festgenommen, weil sie der festen Überzeugung waren, sie wären der Vampir von Düsseldorf gewesen. Und die Polizei bekam Dutzende Briefe von Leuten, die versuchten Hinweise zu geben, die aber am Ende die Polizei nirgendwo hinbrachten. Es gab sogar einen Mann, der geschrieben hatte, dass er der Mörder ist und weitere Frauen umbringen wird, wenn sie weiterhin kurze Röcke tragen. Das heißt, Leute haben sich aus der ganzen Sache einen Spaß angefangen zu erlauben. Und die Polizei bekam auch Briefe, die scheinbar von Kindern kamen. Es waren gemalte Bilder und Briefe, die so aussehen wie von Kinderhand geschrieben. Doch was die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass eben diese Kinderbriefe von Peter Kürten selbst waren. Er schickte diese Bilder und Briefe, um sich mit der Polizei einen Spaß zu erlauben. Er war so übermütig geworden, dass er anfing, Hinweise aufzuschreiben, wo man die noch nicht gefundenen Leichen finden kann. Er malte Bilder von der Umgebung und ließ es extra so aussehen, als hätte ein Kind diese Bilder gemalt. Doch eben diese Unachtsamkeit von Peter Kürten wurde auch zu seinem Verhängnis. Denn eines Tages lockte er eine Frau in einen Wald und vergewaltigte sie dort. Nachdem er dies getan hatte, fing er an, sie zu würgen und ließ dann ihren Körper zurück. Was er nicht wusste, war, dass sie nur ohnmächtig gewesen ist, aber nicht tot. Als sie wieder zu sich kam, wusste sie noch alles ganz genau und konnte Peter Kürten perfekt beschreiben. Zuvor hatten ihm alle Zeugen ihn als einen 20-jährigen Mann beschrieben, der mit einem Küchenmesser mordete, wenn in Wahrheit Peter Kürten 47 gewesen ist und eine Schere benutzte. Sie ging zur Polizei und nannte all die Details, an die sie sich erinnern konnte und so wurde mittels kurzer Zeit Kürten gefasst. Die Polizei ging zu ihm und so klickten 1930 dann endlich die Handschellen. Peter Kürten bei seiner Verhaftung lachte nur und sagte, ihr habt ja auch lang genug gebraucht. Als er dann, wenig später, hingerichtet wurde, wollten Wissenschaftler sein Gehirn untersuchen und herausfinden, was mit ihm falsch war, Antworten finden, warum er so grausam gewesen ist, diese Morde begangen hat und warum er das Blut seiner Opfer getrunken hatte. Doch als sie dann sein Gehirn untersuchten, bemerkten sie, dass dieses scheinbar völlig normal gewesen ist. Warum Peter Kürten diese schrecklichen Dinge tat, ist nicht bekannt. Doch dies ist der Fall von dem Vampir von Düsseldorf. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war mal was anderes und ich wollte gerne mal über einen deutschen Serienmörder reden. Wenn euch das gefällt und ich euch mehr über deutsche Serienmörder erzählen soll, sagt gerne Bescheid oder auch wenn ich über allgemeine Serienmörder reden soll. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber. Tschüss.